Ein sehr wohlhabendes Ehepaar, Otto und Frieda, hatte geplant, am Abend auszugehen. Die Hausherrin entschied sich, ihrem Butler Fritz den Rest des Abends freizugeben. Sie sagte Fritz, sie würden sehr spät nach Hause kommen und dass er einfach seinen Abend genießen solle. Wie sich jedoch herausstellte, hatte Frieda keine gute Zeit auf der Party, also kam sie früh alleine nach Hause. Ihr Mann Otto musste auf der Party bleiben, weil einige seiner wichtigen Kunden dort waren. Als Frieda ihr Haus betrat, bemerkte sie Fritz alleine im Esszimmer sitzen. Sie bat ihn, mit ihr zu kommen und führte ihn dann ins Hauptschlafzimmer. Sie sah ihn an und lächelte. Fritz, sagte sie, zieh mein Kleid aus. Fritz entfernte ihr Kleid sorgfältig. Fritz, fuhr sie fort, zieh jetzt meine Strümpfe und das Strumpfband aus. Er gehorchte ihren Anweisungen schweigend. Fritz, sagte sie dann, nimm den Büstenhalter und den Slip aus. Als er dies tat, stieg die Spannung weiter an. Schließlich sagte sie, Fritz, lass mich nie wieder erwischen, wie du meine Kleider trägst. Fritz, sagte sie, fritz, lass mich nie wieder erwischen. Fritz, sagte sie, fritz, lass mich nie wieder erwischen.